Du, ich habe mir überlegt, wir nehmen nachher noch das Boot und lassen uns ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen. Was meinst du? Dann kannst du mir gleich mal deinen neuen Bikini zeigen. Mein Freund Alexey hat übrigens zugesagt, für St. Tropez ist das Wochenende. Wäre echt wichtig, wenn du da deinen kleinen roten Fummel anziehst von Let's Wednesday. Rutsch mal rüber. Rutsch mal rüber.